Ja, hatte vorhin ein sehr nettes Telefonat mit dem Lehrer MaFu, also Mathematik und Physik, der im Internet auch sehr bekannt ist zum Thema nachdenkliche Corona-Betrachtungen sozusagen. Und ja, ich hoffe, dass es da zu einer Zusammenarbeit kommen könnte. Ich werde gleich nachher dann auch auf die E-Mail eingehen, die wir ihm geschrieben haben mit ein paar Infos. Das gibt uns mal die Chance, auch mal ein bisschen ausführlicher über die Bildungsreform zu sprechen, auch wenn die hochkompliziert ist. Aber das hatte ihn interessiert, weil er ja selbst Lehrer ist. Und ja, dann haben wir hier unser Tagesbild. Ja, ich glaube, das können wir. Moment, müssen wir ein bisschen runter. So, ich glaube, jetzt sehen Sie unser Tagesbild auch ganz schön. Naja, ja, Moment, ein ganz bisschen können wir es noch rücken, damit es nicht zu tief ist. Ja, so, glaube ich, können wir unser Tagesbild lassen. Ja, und was sind die Tagesthemen heute? Bei uns ist ja immer Tagesschau plus Tagesthemen und heute plus heute Journal in einer Sendung, wissen Sie ja schon. Unsere Tagesthemen heute ist also, wie gesagt, unsere Mail an Lehrer MaFu. Hoffentlich, denn wir waren uns irgendwo im Telefonat ja auch einig, dass es unser Ziel sein muss, dass es nie wieder zur Schweinegrippe oder Corona-Erscheinungen kommen sollte und dass wir mit unseren 20 Reformen dafür natürlich der Schlüssel sind. Ja, 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 und Corona die Wahrheit, ja, Dr. Wolfgang Wodag, Schiffmann ist ja bei dem zweiten Corona-Ausschuss dabei. Wolfgang Wodag hat ja ausgesagt beim ersten Corona-Ausschuss und wahrscheinlich machen wir bald eine Sendung beim dritten Corona-Ausschuss, der möglicherweise dann dafür ins Leben gerufen wird, da wir immer noch keine Einladung von den zwei anderen Corona-Ausschüssen leider haben. Ja, da ist nicht, dass da jeder sozusagen leider wieder nur sein Ding macht und nicht eine Zusammenlegung. Man hätte eigentlich alle Corona-Ausschüsse zu einem zusammenlegen müssen, aber auch das scheint ja schon wieder gescheitert zu sein. Ja, immer diese Zersplitterung sozusagen, ja, das ist dann halt das Problem der Menschheit, dass wir uns alle zersplittern, anstatt gemeinsam die Dinge zu lösen. Und Klaus Köhnlein ist natürlich auch sehr wichtig, weil er ganz wichtig darauf hingewiesen hat, dass es auch sein kann, dass unser ärztliches Handeln das ist, was tötet. Und sozusagen auch falsche Behandlungen können ja erst Corona zu einem Problem machen und so weiter. Da hat er sicher viel Verdienst. Aber dazu nachher. Erst fangen wir wie immer an mit den Kurznachrichten, ja, also Tagesfeld, Kurznachrichten. Ja, da kam so eine interessante Idee in den Internetsendungen auf, wenn die meisten beatmeten Menschen doch sowieso sterben, dann könnte man ja doch die Beatmung auch gleich weglassen und würde dann vielleicht feststellen, dass viel mehr Menschen überleben, wenn man die Beatmung weglässt. Naja, darüber kann man mal spekulieren über so eine Idee, ja, denn in Deutschland ist es allerdings so, dass dann wahrscheinlich die Ärzte sagen würden, ja, natürlich stirbt mehr als die Hälfte der beatmeten Patienten auch in Deutschland. Aber die anderen 40 Prozent hätten nicht überlebt, wenn man die Beatmung gleich ganz weggelassen hätte. Aber in Ländern, wo sozusagen 80, 90 Prozent der Leute an der Beatmung sterben, da hätte man sie wohl besser weglassen sollen. Ja, und dann kam in einer Internetsendung die Idee auf, ja, wenn wir jetzt also alle über 80 Millionen Deutschen testen würden, hätten wir automatisch circa 1,2 Millionen falsch positive Testergebnisse. Und dann hätten wir immer, ja, Horrormeldung 1,2 Millionen Fälle in Deutschland, obwohl das einfach nur Testergebnisse wären und dann auch noch falsch positiv. Und diese Testergebnisse nichts aussagen über krank sein, schwer krank sein oder gar sterben. Und das auch noch unabhängig von der Medizinindustrie. Das ist ja dann auch noch die andere Frage. Ja, dann war da wieder eine große Sendung zum Thema Gemeinwohlökonomie, Christian Felber und so weiter. Ja, und da kam raus, dass eben, oder wurde mitgeteilt, dass eben circa fünf DAX-Unternehmen, also richtig große Unternehmen, wohl mal so ansatzweise so eine Gemeinwohlbilanz probiert haben von der Gemeinwohlökonomie, da dann wohl deutliche Minuspunkte bekommen haben. Es gibt ja eine Spannweite zwischen minus 3.600 Punkten und plus 1.000 Punkten. Und natürlich haben das dann die DAX-Unternehmen abgelehnt. Und damit ist es wahrscheinlich für die große Wirtschaft schon längst abgehakt, ja. Und die Gemeinwohlökonomie erkennt eben nicht, dass auch genauso wie die Antifa sich über die Welt ausbreitet, aber eben nur in einem Nischenbereich über die Welt ausbreitet, genauso kann sich natürlich die Gemeinwohlökonomie über die ganze Welt als Nischenprodukt ausbreiten, ohne dass sie von der großen Welt jemals als Gesprächspartner ernst genommen werden. Denn auch die Antifa hat sich über die ganze Welt, glaube ich, ausgebreitet und wird auch trotzdem von niemandem aus der großen Welt als Gesprächspartner ernst genommen werden. Und ich fürchte, dass die Gemeinwohlökonomie nicht erkennt, dass sie genau den gleichen Weg gerade geht, anstatt mit den nextscientistsforfuture.de zu kooperieren und dann eine echte, richtig gut funktionierende Gemeinwohlwirtschaft hinzukriegen, sozusagen. Das können nämlich nur die nextscientistsforfuture.de. Es ist quasi so, Christian Felber, das ist also ein sehr junger Schnellschuss, sozusagen. Aber dieser Schnellschuss war eben zu schnell. Und die Professoren haben dafür, vom Weltrat, haben dafür über 50 Jahre gebraucht, des Denkens und Nachdenkens. Und das ist deswegen auch fundiert. Ja, und dann sagt ein Kritiker in der Sendung, ja, die Gemeinwohlökonomie, das ist wohl irgendwie, das deutet das so vorsichtig an, ist wohl irgendwas für Gutmenschen, ja. Ja, das ist genau, nämlich alle Gutmenschen der Welt werden sich der Gemeinwohlökonomie anschließen, aber das wird dann die große Welt nicht erreichen, weil die das nicht interessiert. Ja, und die Gemeinwohlökonomie hat aber, und das deutet auch dieser Redebeitrag an, ja, den Machthabern nichts anzubieten. Also, das war wohl eine Rede vor Marxisten. Und die Marxisten, denen ist sowieso die Gemeinwohlökonomie dann nicht aggressiv genug, weil die möchten ja gerne wieder die bösen Reichen wahrscheinlich beschuldigen oder aggressiv angehen und eher enteignen und die Eigentumsfrage stellen und so weiter. Da in diese Richtung geht zwar die Gemeinwohlökonomie und würde insofern auch Europa wirtschaftlich zerstören, aber sie geht den Marxisten wohl nicht weit genug in diese Richtung. Aber das Entscheidende ist, dass die Gemeinwohlökonomie den sozusagen den genau genommen nichts anzubieten hat, den, ja, letztendlich den, ja, Milliardärskönigen und so weiter. Schauen wir es uns mal an hier, unser Logo, Moment. Und, ja, also das Entscheidende ist, dass die Gemeinwohlökonomie hier unseren geliebten Milliardärskönigen, unseren Journalistenkönigen, unseren Politikkönigen, unseren Lobbyistenkönigen, niemanden von denen hat sie irgendetwas anzubieten. Denn die Gemeinwohlökonomie hat da sie ja nicht über eine Wohlfühlstimme, nicht über Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten verfügt, kann sie im Prinzip nichts von dem, was die Next Scientists for Future anbieten können, kann sie den Königen anbieten. Und daran wird das scheitern, ja. Denn wir können den Königen anbieten, also liebe Politikkönige und Journalistenkönige, ihr werdet alle beteiligt, wenn wir, wir schaffen mit unseren 20 Reformen ein jährliches Wirtschaftswunder von circa 500 Milliarden Euro jährlich und davon kriegt ihr alle ja was ab. Also die Wirtschaft, also die Milliardärskönige kriegen was ab, die Politikkönige kriegen erhöhte Diäten ab, die Journalistenkönige kriegen erhöhte Gehälter ab und alle kriegen sie was ab davon. Allerdings müssen dafür die Politikkönige auf Zuwendungen in Form von Parteispenden und High-Society-Kontakten und Jobs nach der politischen Karriere in der Wirtschaft, darauf werden sie verzichten müssen, denn dafür werden, in Zukunft wird die Wirtschaft dafür kein Geld mehr ausgeben. Sie wird auch kein Geld mehr für Lobbyisten ausgeben, aber bei Lobbyisten mache ich mir keine Sorgen, die finden, sie sind so hoch qualifiziert, die kriegen überall anders auch gute Jobs und so weiter und haben ja meistens auch eine andere Berufsausbildung im Hintergrund. Ja und dann kriegen, jetzt passen sie auf, also das heißt an diesem Wirtschaftswunder von 500 Milliarden werden alle beteiligt. Die Politiker, die müssen dafür auf einiges verzichten, also auf die Parteispenden und auf die Nachkarrieregehälter sozusagen. Wie sie zum Beispiel ein ehemaliger Bundeskanzler, Bundeskanzler AD, na, wie heißt er, ja, ihr wisst schon, wen ich meine, diese Jobs würde es dann nicht mehr geben. Und ja, und das bedeutet, aber damit fängt es bei uns erst an, mit dem, was wir den Königen anbieten können, nämlich 20-fach besseres Lebensglück, Lebensqualität, Lebenslust, Lebensfreude, 20-mal bessere Gesundheit, 20-mal bessere Langlebigkeit. Ja, das können wir alles den Königen anbieten, ne? Also, kurze Pause. Achso, da oben muss ich hin. Kurze Pause. Ja, jetzt geht's weiter nach der kurzen Pause. Ja, dann mache ich doch erst mal jetzt entsprechend dem Tagesthemen hier, mache ich unsere Mail an den Lehrer Mafi und mache dann, binde dann auch nochmal unsere Stellungnahme bei, jedenfalls meine persönliche, meine Aufgabe ist ja immer, viele andere Professoren quasi zu mitteln und so eine Art Mittelwert aus den anderen Professorinnen und Professoren des Arbeitskreises Next Scientist for Future herzustellen, während dann solche Professoren wie Professor Wallach, Dr. mit Michael Spitzbart und Uwe Lohse nochmal ihren Detailstandpunkt dann mit einigen individuellen Elementen sozusagen einbringen werden. Aber gut, fangen wir einfach an mit der E-Mail. Wie gesagt, bitte, dass die Sendung mit dem Zahnrädchen wieder schneller stellen, weil ich doch so schrecklich langsam spreche, ne? Ja, also hallo, hallo lieber Lehrer Mafi, wie soeben besprochen, unser Team Corona, unseres Arbeitskreises Next Scientist for Future und ein paar Ausschnitte aus unseren sechs Homepages. Hier unser Logo und dann hier Professor Wallach, Spitzbart, Lohse, mein Name. Das können Sie ja, wenn ich das langsam genug mache, können Sie das ja alles in Ruhe auf Stop drücken und nachlesen. Ja, Ausschnitte. Durch die Wohlfühlstimme wird die Politik motiviert, immer die besten Berater hinzuzuziehen. Bei Schweinegrippen und Coronas wäre die Politik motiviert gewesen, solche Ausnahme, Mediziner und Ausnahmepsychologen wie Professor Bakhti, Wodak, Schiffmann, Hockertz und die Next Scientist for Future hinzuzuziehen und hätte wohl nie einen Lockdown gemacht. Und die öffentlich-rechtlichen Medien müssen absolut werbefrei werden, denn die Pharma- und Medizin-Werbespots bedingen Evolutionsprozesse, die in Pharma- und Medizin-hörigen Berichterstattungen münden, wie wir sie bei Corona erleben. 20 Reformen zur Sanierung Deutschlands fertig, Motto nie wieder Schweinegrippe, Corona und so weiter Erscheinungen. Der Weltrat wurde eingerichtet aus unabhängiger Expertensicht, die Implementierung einer viel besseren Wirtschaftsordnung mit 500 Milliarden Euro jährlich für uns alle als Wirtschaftswunderfolge und viel bessere Gesundheit, Lebensqualität und Langlebigkeit. Simulierte Bundestagswahl erbrachte 56 Prozent der Wählerstimmen. Das heißt, das wäre für die ganze politische Seite der Corona-Nachdenklichkeit sozusagen die einzige Großchance, jetzt wirklich ein anderes Deutschland zu bekommen mit den fertigen Reformkonzepten der Next Scientist for Future. Bild-Zeitung schrieb er bei uns, großer Bericht im großen Wirtschaftsmagazin Österreichs und so weiter. Aber das können Sie alles durchlesen. Hier wird genau die Wohlfühlstimme dann nochmal geschildert. Können Sie alles in Ruhe nochmal nachlesen hier. Ganz alles nachlesen, wie genau die Wohlfühlstimme funktioniert. Die drei Alleinstellungsmerkmale der Next Scientist for Future hier, die neue Echt Naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, kurz NVWL und so weiter. Alles können Sie alles in Ruhe lesen. Nie wieder Schweinegrippe. Also die Wohlfühlstimme plus 20 weitere Reformen bedeuten nie wieder Schweinegrippe-Phänomene, Corona-Phänomene und so weiter. Ja, Bildungsreform. Ja, das haben wir lange nicht gemacht. Bildungsreform können wir jetzt mal wieder machen. Wie bekommen wir ein Bildungssystem, das den Kindern so viel Freude am Lernen macht, dass sie selber kreativ und innovativ werden und dabei Spaß haben und dann wegen ihrer Kreativität und Innovationsfähigkeit auch gute Jobs in der Wirtschaft bekommen? Fragezeichen? Schluck Wasser. Ja, Schulen und Hochschulen also im Dienste der Bevölkerung. Wie würde das aussehen? Das Grundproblem ist ja erst mal von Anfang an schon das Grundproblem, dass es natürlich unheimlich kompliziert hat. Ganz viele Kinder, Millionen Kinder gehen in Schulen, haben ganz verschiedene Lehrer in ihrer Karriere bis hin zum Hochschulabschluss eventuell. Haben also von Kinderbetreuung an bis Hochschulabschluss, möglicherweise dritter Hochschulabschluss und so weiter. Wie sollen wir das messen? Wie sollen wir da die Leistung der Lehre in den Dienste der Bevölkerung lenken? Das erscheint sehr schwierig, ist auch sehr schwierig. Da gibt es ein ganz kompliziertes statistisches Verfahren. Ich habe es im Studium gelernt unter dem Namen die Faktorenanalyse. Das heißt, man gibt also die Daten ein von Millionen von Schülern, bei welchen Lehrern sie wann und wie lange oder überhaupt nur wie lange sie Unterricht hatten sozusagen. Und dann rechnet die Faktorenanalyse heraus, welche dieser Lehrer oder Kinderbetreuer und so weiter waren Bremser in der Entwicklung von Kindern und welche waren Förderer. Und dann kann man eine Rangliste aller Lehrenden oder mit Kindern zu tun habenden Kräfte in Deutschland herstellen, sozusagen, die also beruflich in der Kinderbetreuung oder Kinderunterrichtung tätig sind. Und dann kommt eine Rangliste raus, die fair ist, sozusagen, und wirklich zeigt, wer ist eher ein Bremser der Kreativität und der Innovationsfähigkeit von Kindern und wer ist ein Förderer. Ja, und das ermöglicht es. Ja. Und dann hier nochmal der Satz zwischendurch. Durch die Wohlfühlstimme wird die Politik motiviert, immer die besten Berater, also nicht nur bei Corona, sondern in jedem Fall die besten Berater hinzuzuziehen und eben auch die Ausnahmeärzte und Psychologen hinzuzuziehen, die eben nicht so stark gelenkt werden von dem Hauptgeschäftsmodell der Mainstream-Medizin und Psychologie. Also, ja, also das heißt aber, die Bildungsreform, die muss also so gehen, dass wir Prämien für Lehrkräfte ausgeben, gemäß der Ranglisten, die ich ja eben gesagt habe, und die Ranglisten werden ja erstellt anhand der Steuerzahlung der ehemaligen Lernenden. Ranglisten überall, auch für Lehrende, gemäß der, ja, und so weiter. Und dann kann man auch noch eine Zwischen, Sie können das ja in Ruhe alles nochmal nachlesen, indem Sie überall auf Stop drücken, das Video unterbrechen, die Sendung unterbrechen und dann sich das in Ruhe durchlesen, wenn Sie wollen. Denn ich habe es aus sechs Homepages heraus zusammen kopiert, das finden Sie nicht so schnell. Zwischentestketten, ja, das ist der Punkt. Also, wie kann man jetzt einer Kindergärtnerin oder Kita-Mitarbeiterin oder überhaupt einer Kinderbetreuerin im Frühstadium, ja, Frühstkinderbetreuerin, wie kann man der jetzt eine Rückmeldung geben, ob ihre Arbeit in die richtige Richtung geht oder in die falsche Richtung geht, obwohl doch die Kinder erst 25 Jahre später in den Beruf gehen und dann erst eigentlich die Steuerleistung feststellt. Und dann könnte man ja den Leuten 25 Jahre keine Rückmeldung geben und erst nach 25 Jahren kriegen, würden sie die erste richtige Rückmeldung kriegen. So können wir natürlich so nicht lassen. Da müssen wir vorläufige Ranglisten bilden, eben mit Zwischentestketten. Also der Professor des letzten Jahrgangs eines Absolventen, der stellt Eingangstests oder überhaupt einfach Leistungstests für den Jahrgang davor fair oder und so weiter. Und so geht es dann kettenmäßig runter bis zur ersten Kinderbetreuerin. Und dann kann man durch diese Testkette, also zum Beispiel einen Einschulungstest, kann man dann eben rückmelden, ja, das, was vorschulisch an Bildung gelaufen ist, kann man gucken, aha, kann man eine Rangliste erstellen, wer war da eventuell ein Förderer in der vorschulischen Bildung und wer war eher ein Bremser, welche von den Mitarbeiterinnen oder von den professionell Tätigen waren eher Bremser und welche waren eher Förderer. Und so kann man den Leuten eine vorläufige Rückmeldung geben, sodass die schon hingehen können und sagen können, ich lerne jetzt mal von denen, die in der vorläufigen Rangliste vor mir stehen, lerne ich jetzt mal und lasst mir von denen was beibringen und lasst mich von denen überzeugen, wie man es besser macht. Und natürlich am besten ist es, von denen zu lernen, die schon 25 Jahre im Beruf sind und dadurch schon harte Daten vorliegen, also die schon eine korrigierten Ranglisten wert haben, nämlich durch die Realität korrigierten. Und wenn man sich da an die Leistungsfähigsten hält und von denen lernen will, dann kann man selber eben auch richtig gut werden als vorschulische Kinderbetreuerin oder Betreuer. Und ja, das ist der Weg. Schluck Wasser. Ja, die Bildungsreform ist sicherlich eine der allerschwierigsten Reformen überhaupt. Aber wer denkt, wir könnten dieses verfahrene Menschheitsgeschiff mit nur super einfachen Reformen korrigieren, der irrt sich total. Also das wird nicht gehen. Alles, was so einfach ist, dass es jeder sofort versteht, wird nicht funktionieren. Sozusagen. Ja. Und das Ganze bringt dann also eine vorläufige, eine faire Ranglistenerstellung. Einmal die vorläufigen Ranglisten und dann die durch die Realität korrigierten Ranglistenplätze sozusagen. Und das wird auch fair gemacht. Zum Beispiel Lehrer an Brennpunkt, also Hauptschulen mit Problemschülern und so weiter, werden nur mit anderen Lehrern an Brennpunkt-Hauptschulen verglichen und sozusagen. Und wer dort wirksame Arbeit macht, kann ähnlich viel verdienen wie ein Gymnasiallehrer, der in seinem Bereich wirksame Arbeit macht. Also da, wer wirklich Kinder fördern kann, kriegt dann auch gutes Gehalt, gute Prämien dafür. Ja, und das betrifft hier eher die Forschung, ist nicht so wichtig. Ja, welches andere System sollten wir mal ansprechen? Das Bildungssystem, das sagt er bei einem. Und dann, dort heißt, die richtigen neuen Anreize zu setzen, heißt, die Steuerleistungen der Absolventen zur Grundlage der Belohnung aller Bildungsprofis zu machen. Eventuell erstellen dabei erfolgreiche, also in den zukünftigen Ranglisten wegen hervorragender Steuerleistung ihrer Absolventen weit oben geführte Professorinnen und Professoren der letzten Studiensemester, Eingangstest für die Studenten vorheriger Semester und so weiter. Immer weiter runter, wobei das vielleicht keine Eingangstests sind, sondern so Eingangsleistungssichtungen, nicht Aussonderungstests, sondern nur Leistungssichtungen, damit da nicht was dran gedreht werden kann. Und so weiter. Diese Testkette wird also immer weiter runter bis zu den in der Rangliste höchstplatzierten Grundschullehrerinnen und Lehrern gemacht, die also dann Schuleingangstests entwickeln, sodass auch die Kita-Mitarbeiterin schon und wie gesagt, die Frühkinderbetreuerin auch schon eine erste Rückmeldung bekommen kann, ob sie auf dem richtigen Weg ist mit ihrem pädagogischen Stil. Das heißt, es würde ein Ende geben mit diesen fragwürdigen pädagogischen Experimenten, weil jetzt würden die pädagogischen Experimente ja alle an der Realität, nämlich an der wirklichen Fähigkeit, kreative, innovative Berufsanfänger zu ermöglichen. Daran, an dieser Realität würden alle gemessen werden und dadurch kommt es nicht mehr zu fragwürdigen Pädagogik-Experimenten, die am Ende die Kinder sozusagen oder eine regelrechte Bildungswüste bisher erzeugt haben. Die Steuerleistungsrückmeldung kommt dann später und korrigiert dann diese Ranglisten. Also am Ende werden die Ranglistenpositionen aus den Tests entkorrigiert durch die faktischen Steuerleistungen, wenn die ehemaligen Kinder dann in den Beruf gehen. So hat die Kinderbetreuungsmitarbeiterin, frühkindliche Betreuerung, auch die Chance sich zu verbessern, sich von denen was abzuschauen, die in den Ranglisten wegen langjähriger Berufserfahrung sogar schon in einer gesicherten Ranglistenposition weit vor ihnen stehen und so können sich dann die jungen Leute was abschauen. Der Nachwuchs kann sich was von den erfahrenen Leuten, die in der Rangliste ganz oben stehen, was abschauen und dadurch vermeiden wir fragwürdige pädagogische Fehlexperimente sozusagen. Ja, also insgesamt kann man sagen Wohlfühlnoten, Wohlfühlstimmen, Sicherheitsgefühlstimmen bei jeder Wahl mit abgegeben oder anders erhoben, Steuerleistungen aller Bildungsabsolventen und Gesundheitskostendaten der Krankenversicherungen, die gemeinsam über alle Gewinn- und Honorarausschüttungen, also über die sogenannten Zuschläge entscheiden, würden die Evolutionsrichtung, die im Moment für Europa ins Negative läuft, sozusagen wieder umkehren in Richtung des Positiven. Ja, das war unsere Mail an Lehrer Mafü, soweit, dann können wir jetzt an nochmal hier Tagesthemen, ach so, unser Tagesbild können wir nehmen und jetzt mache ich mal den Schnelldurchgang, einen Ultraschnelldurchgang sozusagen meiner Kurzrede, ich mache das mal als Ultrakurzversion, weil ich es ja gestern schon ein bisschen ausführlicher gemacht habe, für den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss Nummer 3, der wahrscheinlich bald ins Leben gerufen wird und vor dem wir dann aussagen werden. Also, erste Aussage, wir, die Next Scientists for Future und ich vertrete ja immer also mehrere, also quasi ungefähr die Bandbreite der Palette dessen, was die anderen Professoren so denken, ja, so eine Art Querschnitts, und wir bieten insgesamt eine psychoneuroimmunobiologische Perspektive einer echten Ganzheitlichkeit mit einer starken vollnaturwissenschaftlichen Basis darunter. Und wir unterscheiden deswegen ganz bewusst zwischen Ausnahmeärzten und Psychologen wie sie hier zum Beispiel dann in diesem dritten Corona-Ausschuss eventuell sitzen dann auch und unterscheiden zwischen denen und den Mainstream-Ärzten und Psychologen, ja, wie zum Beispiel Trostenwieler und Trostenwieler und Lauterbach, ja, genau. Ja, und genauso wie Wolfgang Wodak als linker SPD-Politiker geladen war, richtigerweise geladen war beim Allgemeinen ersten ACU und genauso wie ein Richard David Precht auch eher sozusagen ein bisschen so legerer auftritt wie Wodak und also und so trete ich eben auch eher wie Wodak und Precht auf, weil wenn man den Weltrat in irgendeiner Weise einordnen wollte, man kann Naturwissenschaftler nicht politisch einordnen, aber viele Leute wollen das und tun das ja dann sowieso, dann müsste man uns zwischen SPD und Grüne einordnen. Also das ist nochmal wichtig, weil sozusagen manchmal wurden ja Corona-nachdenkliche Wissenschaftler abgeschoben, so in den Bereich Verschwörungstheoretiker oder rechtslastig und da sind Leute wie Wodak und wir völlig über jeden Verdacht in dieser Richtung haben, weil wir jede Form von Verschwörungstheoretischen Aspekten ganz scharf kritisiert haben in hunderten von Sendungen oder zig Sendungen. Ja und dann haben wir als vierten Punkt die Untersterblichkeitserzeugung als Thema. Untersterblichkeitserzeugung ist immer grundsätzlich schädlich, weil wenn wir in Deutschland dann zum Beispiel 25.000 im Jahre 2018 angeblich 25.000 Grippetote hatten. Es ist ja so, dass bei uns zur Zeit ist es so, dass Menschen mit circa Anfang 80 durch unsere schlechte Ernährungssituation, unser hochproblematisches Gesundheitswesen, weil das alles ja vor unseren Reformen ist, also das alte Gesellschaftssystem ist nun mal so, dass es eigentlich bei den circa 80-Jährigen schon ein so schwaches Immunsystem erzeugt hat und so viele immunschwächende Vorerkrankungssituationen geschaffen hat, dass also die dann eigentlich dran sind mit dem Sterben und das kann ich natürlich künstlich jedes Jahr unterschreiten, indem ich Milliarden Beträge ausgebe, um diese Menschen künstlich von allen möglichen Windhauchen, die sie jetzt töten könnten, weil sie ja so schwache Immunsysteme also von allen Bakterien oder Viren künstlich, ich könnte ja jeden in ein Zelt sozusagen einschließen, um ihn zu retten und so weiter, sodass er dann ein paar Monate länger lebt, sozusagen, bis ihn dann doch irgendwann der nächste Windhauch erwischt und das ist immer sinnlos und wir haben es geschafft, also von über 25.000 im Jahre 18 sind wir unter 10.000 Corona-Tote dieses Jahr gegangen und haben praktisch keine Grippetoten, wobei Dr. Schiffmann ja vermutet, dass das daran liegen könnte, dass ganz viele faktische Grippetote als Corona-Tote in den Sterbeurkunden eingetragen wurden. Schluck Wasser Also, erstmal hätte man also einen Zielschuss machen müssen und mindestens in der Größenordnung 20.000 Winter- Atemwegserkrankungstote anvisieren sollen und auf keinen Fall eine künstliche Untersterblichkeit von 15.000 weniger als im Jahre 2018 erzeugen sollen. sowas ist immer schädlich für eine Volkswirtschaft, weil der Preis dafür grundsätzlich zu hoch ist und in keinem Verhältnis zu den paar Monaten Lebensverlängerung, die man da erzeugt oder Leidensverlängerung, die man da erzeugt, denn viele dieser Menschen haben ja keine Lebensqualität mehr, sondern nur noch eine Leidensqualität. Sie sind ja schon im Sterbeprozess drin, sozusagen. Ja, und dann der fünfte Punkt ist, dass wir die Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona nochmal deutlich machen an Schweden und Weißrussland. Also in Schweden und Weißrussland ist es praktisch nicht kaum gelungen, überhaupt Zeugen zu finden, die sagen würden, in meinem Bekanntenkreis wird dieses Jahr außergewöhnlich gestorben. Die Zeugen waren eher so der Tendenz nach, ich habe überhaupt keine Angst vor Corona, denn bevor ich nicht im Bekanntenkreis viele, viele Sterbefälle berichtet bekomme, habe ich doch auch keinen Grund, selbst Angst um mein Leben zu haben. Und so waren dann auch so die Zeugenaussagen der Interviews auch in Schweden, die ich gesehen habe und so weiter. Ja, und in Schweden, ja wie gesagt, also wenn man jetzt sagen würde, stellen wir uns vor 2018 in Deutschland Grippe, ja, Grippetote, 25.000 Grippetote. Wenn man ja, wenn man jetzt da hingegangen wäre und damals jeden Menschen, der im Krankenhaus oder irgendwie sonst wegen irgendwas liegt und da den auf Grippe getestet hätte, alle Leute auf Grippe getestet hätte und dann ganz viele von den Toten dann also als Grippetote im Totenschein, in der Sterbeurkunde bezeichnet hätte, dann hätten wir dann wahrscheinlich auch 2018 hätten wir dann wahrscheinlich eher 50.000 Grippetote gehabt sozusagen. Und wenn man, Schweden hat nur ein Achtel der deutschen Bevölkerung, wenn man das durch acht halt, dann hätten wir also 50.000 durch acht, da hätten wir ungefähr über 6.000 Tote und ungefähr zu erwarten gehabt in Schweden bei einer vergleichbaren Testintensität, wie sie jetzt bei Corona stattgefunden hat und ja und das würde bedeuten, dass wir in Schweden genau in der Liga ungefähr einer kräftigen Grippe liegend, angeblich nähert sich ja Schweden den 6.000 angeblichen Corona-Toten ja und dann hätten wir, würden wir genau in der Liga liegen, die sozusagen eine kräftige Winteratemwegserkrankung eben so mit sich zu bringen und damit wir nochmal klar machen, in welcher Liga wir da überhaupt spielen, in welcher unteren Liga der Gefährlichkeiten wir da überhaupt spielen, nochmal klar machen, wenn wir in Schweden jetzt eine Pest gehabt hätten, hätten wir jetzt 3,3 Millionen Pesttote ja und nicht an die 6.000 lächerlich wenige Corona-Tote ja, also wenn sie sich mal klar machen, was das im Verhältnis ist, 3,3 Millionen Pesttote, das wäre ein wirklicher Killer, ne, in Schweden, aber 6.000, doch nicht mal 6.000 Tote an angeblich angebliche Corona-Tote, das ist eine Winzigkeit, das ist eine Sterblichkeit in der Liga einer kräftigen Grippewelle sozusagen, ja, und dafür einen Lockdown zu machen und Schweden hat ja auch ganz offensiv sich jetzt geäußert, die Deutschen haben alles falsch gemacht, haben die Schweden sich geäußert, denn was die machen ist eine sogenannte Start-Stop-Strategie, also so eine pumpende Geschichte, ja, sie fahren mit einem knallharten Lockdown sozusagen die Virus-Kontakte runter sozusagen und wenn sie dann wieder ein bisschen lockern, kommen natürlich die Virus-Kontakte schnell wieder zurück und dann müssen sie wieder pumpen und lockern, also wieder Lockdown machen und so weiter und am Ende haben sich wieder auch Leute geäußert, am Ende wird wohl die schwedische Strategie weit überlegen sein, der deutschen Strategie und am Ende wird sich vielleicht sogar herausstellen, dass der weißrussische Versuch, nämlich Corona total zu ignorieren, wahrscheinlich die beste Strategie von allen war. So und dann haben wir die Memgead, also die Mimetisch-Genetische Evolutionsanalyse-Technik, also wir müssen uns klar sein, ich mache es aber heute nur ganz kurz, dass also hier generell Ärzte die Gefährlichkeiten überschätzen unter unseren heutigen Noch-Bedingungen von ungelenkten Markt- und arbeitsteiligen Systemen zwangsläufig diejenigen, die größeren Profite machen, die die Gefährlichkeiten überschätzen, denn wenn ich sozusagen den Patienten sage, ach zum Beispiel ihr kleiner Tumor, der ist total gefährlich, den müssen wir sofort morgen operieren, dann kommt es einfach zu mehr Operationsverkäufen und deswegen setzen sich immer die Gefährlichkeits Überschätzer durch, genauso wie sich im Journalismus zwangsläufig die dann, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen wie jetzt noch sehr viele Werbespots von der pharmazeutischen und Medizinindustrie bekommt, dann setzen sich in den Evolutionen des weltweiten Journalismus natürlich überall die Journalisten durch, die sowieso immer schon genauso gedacht haben wie die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie und dann kriegen wir natürlich selbstverständlich, solange wir nicht Werbefreiheit in den öffentlich-rechtlichen Medien haben, immer wieder pharmafreundliche und medizinfreundliche und medizingläubige Berichterstattungen, das ist zwangsläufig und deswegen brauchen wir hier dann die Einführung von Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und das führt dann dazu, dass nur noch Ärzte, die nicht Gefährlichkeit überschätzen, sondern Gefährlichkeit realistisch einschätzen, dann erfolgreich werden, weil sie eben keine Kollateralschäden anrichten mit ihren Gefährlichkeitsüberschätzungen und so wäre dann das Problem gelöst. Und der siebte Punkt wäre dann unsere Empfehlung an die Regierung und die wären eben gewesen hier erst einmal liebe Leute, das ist wohl nur eine kräftige Grippe, verhaltet euch wie bei einer jeder kräftigen Grippe und versucht so lange wie möglich das zu Hause auszukurieren, damit wir keine verfälschenden Einflüsse der Medizinindustrie haben und dann wenn es euch sehr viel schlechter geht als bei einer normalen Grippe die ihr sonst schon mal hattet, dann könnt ihr natürlich gerne jederzeit sofort über die Notaufnahme in die Krankenhäuser gehen und da warten euch dann neben den Ärzten Biologen, die nichts mit zu tun haben mit dem Geschäft Medizin und die werden dann mit beurteilen und mit darüber entscheiden, mit leichter Stimmenmehrheit darüber entscheiden, ob jemand tatsächlich ein Intensivbett braucht oder ob es nur finanzielle Gründe sind, die da eigentlich zu der Entscheidung tendieren, jetzt die Intensivbetten schnell voll zu machen und dann auch bei der Beatmung würde auch dasselbe vorher geschehen, also dass die Biologen ein bisschen mehr Entscheidungskraft haben als die finanziell immer nicht uninteressierten und damit finanziell interessierten Mediziner, die also eher wahrscheinlich leichtfertig zum Belegen von Intensivbetten und zum Anwenden von Beatmungsmaßnahmen neigen dürften aus evolutionsbiologischer Perspektive heraus. Ja und dann eben hätte man jetzt mal geguckt und wenn dann 70% der Intensivbetten voll gewesen wären und das wirklich sich also wirklich doch als schlimm gezeigt hätte, dann hätten wir auch gesagt, dann machen wir jetzt sofort einen Lockdown und verlangsamen das Tempo und aber meine persönliche Vermutung ist, dass wir diese 70% belegten Intensivbetten niemals erreicht hätten bei Corona. Wenn die Biologen da ein bisschen ein Auge drauf gehabt hätten als Teil, die hätten dann halt so kurzfristige Aufträge bei den Gesundheitsämtern bekommen oder beim Gesundheitsamt Deutschland quasi bekommen. Ja, dann damit hätten wir wahrscheinlich niemals einen Lockdown bekommen. Ja, also das war es schon mal wieder mit unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Zum Abschluss nochmal, also wie gesagt, Klaus Köhnlein, sehr wichtiger Arzt, weil er uns gelehrt hat, ja hoppla, und das wussten wir natürlich schon vorher, aber der Beöffentlichkeit Gelehrtheit hat Dr. Metclaus Köhnlein, dass nämlich ganz oft eben Menschen auch an ärztlichen Behandlungen sterben können und das auch realistisch auch möglicherweise jetzt auch bei Corona sehr oft geschehen ist, so dass man eigentlich sagen müsste, Todesursache ärztliche Behandlung, aber stattdessen steht natürlich auf jeden Totenschein selbstverständlich Todesursache Corona. Und das ist schon sehr wichtig, dass er uns das nochmal, der Öffentlichkeit das nochmal klar gemacht hat. Und ja, das war es für die jetzige Sendung. Tschüssi, bis bald.